Tata Zeig doch mal, wo das Haus ist. Guck mal! Gucken wir mal, ob heute was in dem Haus ist. Schau! Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ja, komm mal raus! Das sieht doch aus. Der Fall hat es nur da angefahren, ne? Ja. Ja. Guck mal raus. Guck mal raus. Der ist ja vom besten Tag wieder. Nein. Guck mal raus. 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 Die Böse ist in der Fülle, die sich in der Fülle fährt. All right, bye, that's the other side. Okay, talk.